Manuel Heilfinger, der CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Hechingen-Münsingen, hat am Dienstag zu einer Heumilchwanderung eingeladen. Startpunkt war der Hof Münch in Zwiefalten, wo es nach einer kurzen Begrüßung gleich losging mit einer Stallbesichtigung. Hier konnten sich die Teilnehmer aus erster Hand ein Bild von den Heumilchkühen machen. Der weitere Wanderweg führte die Teilnehmer zu verschiedenen Stationen, wo sie sich über die Heuernte, Tierhaltung und andere Themen informieren konnten. Untertitelung. BR 2018